Die Legion ist so weit gekommen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Wir sind leichtsinnig und überheblich geworden und haben den Haupteingang über diese Treppe gestürmt. Es war katastrophal. Die dunkle Brut hat uns erwartet. Sie hat die alten Verteidigungsanlagen des Teigs gegen uns eingesetzt. Ja, aber nicht nur. Uralte Erfindungen der Zwerge, die von den Kreaturen eingesetzt wurden, die durch sie den Tod finden sollten. Wir müssen aus den Fehlern der Legion lernen und uns vom Haupttor fernhalten. Die meisten der alten Zwergenfestungen hatten versteckte Nebeneingänge und ich wette, das ist hier nicht anders. Wir müssen sie nur finden. Noch mehr, lieber. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mal ein Gerücht in Umlauf gebracht, dass es im Turm Geheimgänge gibt. Die Templer haben ihre Nasen monatelang an die Mauer gedrückt. Das war fantastisch. Was ist das? 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 Wie gesagt. Ihr habt gesagt, Dämonen seien Geister, die von ihren Begierden verdorben wurden. Ich habe keine derartigen Begierden. Aber irgendwelche Begierden müsst ihr doch haben. Nein, ich habe keine. Und jetzt hört mit dieser Fragerei auf. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Wie gesagt. Der Weg nicht. Die Generationen haben sie euch erzählt, dass ihr wertlos seid. Sie haben euch achtlos beiseite geschoben wie Staub. Doch nun seid ihr die einzigen, die zwischen ihnen und der dunklen Brut stehen, die unser Reich bedroht. Zeigt ihnen, welchen Wert ihr besitzt. Zeigt ihnen, dass ihr Krieger sein könnt. Lasst den Stein selbst unter dem Donner unserer Schritte erweben. Kämpft! Generationen über Generationen haben sie euch erzählt, dass ihr wertlos seid. Sie sind fort. Sie sind alle fort. Sie haben den Teig verlassen. Wir müssen ihnen folgen. Ich werde nicht einfach hier rumsitzen und mich von diesen Ungeheuern fressen lassen. Aber das hier ist unser Zuhause. Dort draußen können wir nicht überleben. Hier drin überleben wir auch nicht. ... ... ... ... ... ... ... Ja, hier! 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 Ja! Ja, hier! Ja! Ja! Ja, hier! Ja!